Ich bin nicht lebensmüde. Ich hab nur Langeweile. Scheiße. Was hab ich da getan? Ja! Geflucht. Ich find es nicht gut. Eine weg. Zwei über. Voll seid erwischt vom Kopf. Ich glaub ich muss ins Krankenhaus. Hä? Was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die sollten das Synchron mal üben hier. Die könnten damit auftreten. Da bräuchten sie nicht so einen Scheiße veranstalten. Ja, lass das. Lass das. Los komm, ergib dich. Noch lass dich laufen. Nicht. Siehste. Moorleiche, Moorleiche. Moorleiche. Knüppel. Knüppel. Fräulein Knüppelkuh. Wo? Wo war das nochmal her? Ach hier, diese Kleine, ne? Die hieß sie? Martha? Nee. Hä? Fräulein Knüppelkuh war die böse Lehrerin. Glaub ich. Das hab ich früher als Kind gerne geguckt. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie heißt. Hieß sie Martha? Die Lehrerin hieß, glaub ich, Fräulein Honig. Falls das hier überhaupt nicht mehr kennt. Aber wahrscheinlich ist es, glaub ich, ne Höhle. Ist das Wetter gut, kommt die Höhle. Ich guck aber erstmal hier hinten. Es sieht aus wie ein Nautiliusse. Ich habe mich immer noch nicht über die Mehrzahl erkundigt. Hallo ihr Süßen. Tschüss ihr Süßen. Gibt immerhin zehn Erfahrungen. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Die ist aus Holz. Nimm die Axt raus und mach die scheiß Kiste kaputt. Egal, ich mach jetzt erstmal Essen. Ein Hering. Oh, die Nautili. Ich nenne sie jetzt Nautili. Sie sehen aus, als würden sie sich unterhalten da. So ganz nett. Hallo. Oh, wie geht's? Ich hab Essen gemacht, Schatz. Möchtest du das haben? Sieht richtig lecker aus. Ja. Du musst gleich mal... ...zack und... ...zack. Bier halt nur Mana, ne? Mana... ...nur zum Kochen. Cool. Naja, dann gibt's noch einen Hering. Und nochmal eine Million Fleisch. Ich muss mich mal bequem hinsetzen. So viel Stress hier. So, komm, einen noch. Dann kriegst du einen Speichern. Ich geh erst in die Höhle rein, hab ich grad beschlossen. Weil nachher ist da wirklich nicht viel drin. Was ich nicht glaube, aber... ...wenn ist eh was drin, was wir noch nicht töten können. Dann können wir immer noch hinten lang gehen. Hallo. Na toll. Hab ich's genau gesehen. Zack. Jetzt nicht wieder alle auf einmal. Natürlich alle auf einmal. Ihr habt ja auch... Ach ja, genau, nicht dreimal. Eines Tages. Das heißt, es kommt auch gleich wieder in Burg her. Befürchte ich. Was mir nicht gefällt. Dann blocken die auch gleichzeitig beide, ey. Ich fass es nicht. Los. Los. Was denn? Ich hab grad Maul-Leichen umgebracht. Dann krieg ich wohl auch so ein paar untote Stück Knochen kaputt. Ich hab mehr Knochen in der Tasche, als du an deinem Körper hast. Uah. Ist nur neidisch, dass ich noch Fleisch hab. Ich kann doch jetzt abgeben. Hab ich nur grad gebraten. Wenn euch das nicht stört. Ja, die ohne Rüstung, die verschwinden auch manchmal einfach so schön im Hintergrund, ne? Oh, Leute. Hört auf zu blocken. Stop blocking! Alter, Scheiß! Kacke! Ach, Scheiße! Ich würde euch gerne wieder in den Gang da rein haben. Alter! Der mit seinem Schwert zieht ganz schön was ab. Der Knüppel hier nicht so. Oh Mann! Ich wollte doch nur... Mal gucken. Das ist ja echt nervig. Mach doch mal mehr Schaden, Junge! Ich hab auch nicht Bock die ganze Zeit auf die Fresse zu kriegen. Ach. Los, einmal noch. Nein! Nicht jetzt du vordrängeln! Nicht vordrängen! Wisse, schaff ich trotzdem. Der hat noch so viel Energie, ey. Und wir nicht. Ich hoffe, die haben wieder alle 5 Millionen Tränke in der Tasche. Ich malträtiere gerade ein wenig meine Maus. Die kommen doch nicht so klar mit, wenn die da waren stehen. Kann das sein? So, ich werde vielleicht Drifter aus, weil ich jetzt nicht feige weglaufe, um meinen Heiltrank zu saufen. Dann müssen wir alles nochmal machen. Oh. Oh Gott. Wollte grad schon, äh... Angreifen. Ja! Bloß, mein Finger wollte nicht von der rechten Maustaste hoch. Deswegen hat er nicht... Brav Finger, brav Finger. Vielen Dank. Habt ihr Heiltrank dabei? Natürlich nicht. Erstmal den hier draußen. Auch nicht. Na dann, ähm... Muss ich das jetzt... Ach, scheiße, ey. Ich bin ja nur noch so wenig. Du auch nicht. Du bist ja doof. Mag ich nicht. Ich müsste ihm eigentlich mal die Rüstung ausziehen. Hahaha. Ist ja nackig. Ich... Da ist ja noch einer... Scheiße. Hallo. Auch natürlich wieder einer... mit nem Schwert. Weil der Knüppel mir ja nicht lieber wär. Damage-technisch. Ja. Los, komm. Machen wir eine schnelle Runde draus. Nicht blocken. Ich wollte eine schnelle Runde draus machen. Aua. Oh, shit. Schöne Sache. Ist so schön hier draußen. Wollen wir draußen weiterkämpfen? Wenn der gleich dreimal zuhaut. Ist auch nicht feierlich. Die Siliane, die da runter im Bilde ist, ne? Das nervt auch überhaupt nicht. Ich bin angespannt. Ein wenig. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll, wenn ich angespannt bin. Ich weiß gar nicht, warum. Ich weiß gar nicht, warum ich angespannt war. Es war doch easy going. So easy going, dass ich speichere und gleich noch Fleisch futtern tue. Tun, 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 tun. Wir brauchen echt bald neue Bolzen. Wir haben nur noch 45. Muss ich mir doch demnächst mal einen Bogen aufheben. Für den Fall, dass uns die Bolzen ausgehen. So, gleich nochmal speichern hinterher. Gut, dass es immer überspeichert und nicht jedes Mal einen neuen Safestand erstellt. Und so wäre meine Festplatte so voll. Das wäre ja nicht mehr schön. Guck mal, hier hätte man so schön eine Kiste platzieren können. Naja. Hätte, wäre, könnte. Lass mich raten. Ghoul oder Bugherr? Bugherr. Wahrscheinlich hier beides. Hallo Herr Bugherr. Hallo Frau Panzergrille. Hallo Frau 2... Naja, ich geh da mal. Ne? Ich hab so ein bisschen Angst vor Höhlen. Es liegt nicht an den Monstern, die da drin sind. So allgemein Höhlen ist nicht so mein Ding. Naja. Dann halt so weiter Würmchen töten. So kleine Würmchen, wie wir es sind. Kann ich nicht mal irgendwo graben? Und noch eine Schaufel dabei, oder? Waffen... Ne, äh... Sonstiges, ne? Wirst du zwei schaufeln. Dann kannst du sogar Dual-Wheel schaufeln. Hier oben vielleicht. Nicht braten. Du sollst graben. Das ist ein dezenter Unterschied. Führen wir bestimmt noch ein paar Moorleichen über, ne? Nicht? Mich interessiert mal, waren die... Die Moorleichen? Das waren ja bestimmt mal normale Menschen, ne? Die dann nur total... Also... Übergewuchert sind. Aber wer hätten die dann zum Leben mehr weg? Die stehen doch nicht von alleine wieder auf. Oder sind das dann... Diese Skelettkrieger nur weil... Als quasi... Moor-Teil. Ich? Weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Aber die wollen ja nicht mit mir reden. So, kann man hier auch nur einen... Pullen? Bitte? Sind beide hintereinander, ne? Ne. Der in den ganzen... Das ist ein Poor. Das ist bestimmt so ein Geheim-Eingang zur Vokanfestung. Und noch ein... Äh... Hoffentlich den letzten. Ne, 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 ne. Wieder wieder in die andere Richtung. Wo? Oh... Oh... Oh, das krieg ich rum. Das geht ja wieder in die andere Richtung bestimmt. Ich bin gespannt, was hinter dem Tor da ist. Ja, ich komme da gar nicht hinter. Aber man kann bestimmt... Oh... Alter, was kotzt du mich an? Du kotzt mich so schon an. Da musst du nicht noch wirklich kotzen. Ne. Das da. So... Wie sieht's aus? War's das? Was haben wir hier? Obsidian. Uh... Können wir uns gleich ein... Nether-Portal bauen, wa? Das hat sich... Ach ne, gibt ja nur 5. Wir brauchen ja 10. Mindestens. Nix zum Graben. All das Klärchen. So. Schalter? Komm ich hier rein irgendwo? Haben wir irgendeinen Zauber? Nautilus-Verwandlung. Passen die hier durch? Ich könnte ja mal... Speichern. Und zur Not laden. Ich glaube zwar nicht, dass die da unten drunter durchpassen. Aber... Ich meine, warum nicht? Oh, es tut so weh. Ach süß. Natürlich nicht, ne? Ach, du bist doch böse. Ey, er fasst ja 5 mal durch. Na gut, dann nicht. Dann lade ich halt. Fette Nautilus. Soll ich mal Diät machen. Passt auch durch. Ich kann wundern, dass ich deine ganzen... ...Artgenossen immer umbringe. Obwohl die nur, was weiß ich, 10 Erfahrungen geben. Toll, was hätten wir da drin gehabt? Tolle Sache. Komm man bestimmt von der anderen Seite rein. Bestimmt, wenn man oben in der Vulkanfestung ist oder so. Naja. Ich weiß nicht, aber irgendwie kommen wir nicht voran mit unseren Quests. Da hinten Panzergerille muss jetzt noch nicht sein. Müssen wir nicht auch? Ach, wir müssen... Kann man sich nicht so was wie teleportieren? Das wäre ja ein bisschen angenehm. Wir müssen... Achso, finde ich übrigens nicht die Quests im Inventar. Im Lagebericht müssten wir mal, ne? Vielleicht machen wir das jetzt mal. Oder... ...ging es auf der anderen Seite auch noch irgendwo hin? Für mit... ...Burg und so.